Kommen wir zur Pressekonferenz nach dem Spiel Ausdruck gegen WSG Tirol, 2 zu 2. Peter, ich glaube ein Spiel, in dem alles dabei war, was man sich als Zuschauer wünscht. Wie hast es du empfunden, wie bewertest du das Spiel für dich? Ja, also ich finde, es war ein super Fußballspiel. Es waren immer Sequenzen in dem Spiel, wo sich die Mannschaften dann auch für das, was sie gezeigt haben, belohnt haben. Wir sind gut reingekommen, wir waren in Führung, wir hatten Möglichkeiten nach der Pause, dass wir das Zweite machen. Das haben wir verobstärmt, dann haben wir ein bisschen die Kontrolle nicht mehr so gehabt, weil die Tiroler das aber auch sehr gut gespielt haben in der Phase und haben sich dann auch mit Toren belohnt. Wir haben uns dann aber nicht aufgegeben, das ist auch das Positive. Jetzt haben wir eben noch alles unternommen, dass wir dann zumindest einen Punkt machen. Es hätte in die Richtung und in die Richtung irgendwann einmal kippen können oder rausgehen können. Und das ist so. 2-2. Leben damit. Dankeschön. Dankeschön, Peter. Bitte aufzeigen, Handzeigen. Der Ralf kommt mit dem Mikro. Wer beginnt? Peter Klöbel-Kronenzeitung. Peter, hast du ein lachendes und ein weinendes Auge? Ich denke an die Elfer-Situation, die dich vielleicht ein bisschen gergert hat. Ich denke an die gelb-rote Karte. Es gab ja Situationen vielleicht, die dich ein bisschen gergert haben. Oder freut dich nur der späte Ausgleich noch? Ja, wie in jedem Spiel gibt es viele Situationen, über die du dich ärgerst, für die du selbst verantwortlich bist. Oder wo du dich ärgerst, dass der Gegner seine Qualitäten halt auch trotzdem dann ausspielt. Es gibt auch, glaube ich, eine Schiedsrichterentscheidung, über die du dich mal ärgerst, mal hast du Glück. Ist halt so. Ja, aber ich kann es ja nicht ändern. Ich diskutiere es dann an und vielleicht sehen wir es auch. Ich glaube, ich habe mich trotzdem soweit unter Kontrolle. Ich habe das auch gesagt, dass ich... Das ist eine zweigeteilte Geschichte. Auf der einen Seite ist es so, dass wenn ich, was eher mein Naturell ist, wenn ich mich komplett zurückhole, bist du mit Kritik konfrontiert, dass sie sagen, das interessiert einem gar nicht. Oder erlebe ich es nicht so. Lebe ich es aus. Kann es passieren, dass die Leute sagen, er ist aufgeregt und unentspannt und schmeißt die Nerven weg. Also den Weg dazwischen versuche ich zu finden und viele Sachen akzeptiere, weil sie halt so sind. Und ich habe versucht auch mit dem Herrn Trachter das so, ich kenne ihn ewig lang, auch so auszusprechen, dass ich halt auch ganz einfach gesagt habe, ich war überrascht, dass er es nicht gesehen hat. Weil eigentlich einer ist, der für mich sehr, sehr viele Situationen normalerweise so auf Strecke und die Jahre, wo ich ihn gehe, eigentlich ganz gut einordnen kann. Ist halt schade, weil es wäre, glaube ich, für unser Spiel ein günstiger Zeitpunkt gewesen. Gerade einmal so, wo es schwierig war für uns und dann hätte uns gut getan. Aber, meine Güte, es ist trotzdem so, dass ich, ja, also wenn ich das halt sehe, wie wir spielen, dann bin ich zufrieden damit, weil es anders aussieht, als wir das im Herbst gehabt haben. Christian Hagel, Standard. Aber ich glaube, der Ausgleich kennt Obseits gewesen sein. War Obseits, ja. Es ist eine sehr, es hat immer ungewöhnliche Situationen, ich verstehe es. Du hast Grünwald eingetauscht und wieder ausgetauscht. Ja, wenn man jetzt banal sein will, redet man, das ist die Höchststrafe oder sonst irgendwas. Was war für dich der Grund? Ich meine, ich... Wir haben in der Phase reagieren müssen, weil wir die Kontrolle im Spiel verloren haben. Und die Kontrolle haben wir im Zentrum verloren. Und dann musst du halt schauen, wo hast du noch Stabilität im Defensivverbund. Wer im Zweikampf auch mit was aufhalten kann, das ist der Zwischütz natürlich. Und dann überlegst du, was kannst du brauchen. Und dann ist auch klar für uns, dass wir für Situationen Tempo brauchen. Und dass wir trotzdem noch Kreativität brauchen. Und Benni Bichler ist sowieso nicht... Auf den kannst du sowieso nicht verzichten, solange er laufen kann. Damit hat er sich im Grunde dann auch so ergeben. Und das ist auch nicht eine wahnsinnige Dramatik. Erstens einmal ist es beim Grünen halt so, dass er wahnsinnig schnell retourgekommen ist. Es fehlt ihm trotzdem natürlich Trainingsarbeit und Substanz. Und das war dann für uns alle ein sehr, sehr intensives Spiel. Und dann hat er halt diesen Zeitraum halt alles reingeschmissen, was er gehabt hat. Also auch mit einem Grund, warum wir ihm gesagt haben, dass wir die Formation so starten lassen, wie wir sie starten lassen wollten. Weil wir in kürzerer Zeit jetzt Spiele haben und auch bewerten müssen. Ich habe es ja mitgekriegt, dass wir trotzdem zehn Jungs gehabt haben, die nicht alles von der Vorbereitung mitgemacht haben. Da musst du die halt durcharbeiten. Und ob das jetzt jemand als Höchststrafe bewertet oder ob es er so bewertet, das werde ich dann irgendwann nicht mit ihm besprechen. Aber die Verletzung, ist das etwas Ärgeres? Was ist das gewesen? Das war, glaube ich, im Zweikampf. Ich glaube, die Untersuchungen gibt es dann morgen, die Genaue. Dann werden wir schauen, was es ist. Aber es ist das natürlich für uns auch schade, weil, also für uns genauso wie für ihn, ich glaube, er hat relativ schnell erkannt, dass der Schritt, den er gemacht hat, für ihn gut war. Wir haben relativ schnell erkannt, dass er unser Spiel mitbeleben kann. Und das hat uns auch schon mal gefällt, wegen einer nicht ganz so richtigen Schiedsrichterentscheidung. Jetzt fällt er möglicherweise aus mit der Verletzung. Aber es ist zumindest so, dass er nicht drüber gearbeitet hat und ich sage einmal, die Verletzung dann vielleicht dadurch schwieriger und noch komplizierter wird. Und wir hoffen halt, dass es nicht zu viel ist. Aber Näheres kann man dann wahrscheinlich erst morgen am Abend oder so irgendwie sagen. Er hat morgen am Nachmittag MRT Verdacht auf eine Bänderverletzung im Sprunggelenk. Ja. Laut Dr. Hofbauer. Weitere Fragen. Alexander Strecher, Kurier. Es war ja so, dass bei beiden Teams haben wir von Anfang an das Gefühl gehabt, sie wollen unbedingt gewinnen. Ist das für, aus deiner Sicht, jetzt irgendwie das Positive zu sehen, dass dein Team wirklich gewinnen will bis zum Schluss und alles unternommen hat? Ist das der Unterschied vielleicht jetzt gerade? Ich weiß es nicht, aber wir haben ja, wie wir im Herbst auch nicht ausgegeben, nur abwarten. Aber es ist, man muss sich ein bisschen was entwickeln. Manchmal braucht es ein bisschen länger Zeit, dass sich die Leute quasi auch selbst einschätzen können. Vom Charakter her, von der Art und Weise, wie sie spielen, was jemand verträgt an Ansage, was jemand gar nicht verträgt. Also es ist halt, das ist ein Prozess, der halt da oder dort mal länger dauert oder kürzer dauert, aber bei uns halt eher länger dauert, weil ich glaube, dass wir schon sehr viele Spieler haben, die sich irgendwann einmal auch schrittweise daran gewöhnen, was es bedeutet, in der Bewertung bei Austria Wien zu spielen. Ich kann es immer wieder nur sagen, wir reden von vielen Dingen, die man hier erwartet, aber wir haben auch in der Vorberichterstattung gesehen, wenn wir ein drittes Spiel in Trenat gewonnen hätten, dann war das nach Jahren wieder das erste Mal gewesen, in einem Grunddurchgang, dass es so passiert war. Die eine Seite der Bewertung ist diese Tradition und die violett-weiße Farbe, an die man sich gerne erinnert, wo sehr, sehr erfolgreiche Zeiten waren. Und das andere ist das, mit dem wir uns jetzt beschäftigen müssen. Und das sehen wir relativ klar. Und wenn ich das klar sehe, dann muss ich sagen, machen wir so unsere kleinen Entwicklungsschritte. Und es wird wieder einmal Rückschläge geben. Vom Ergebnis her ist das heute wahrscheinlich einer, weil wir gehofft haben, dass wir näher herankommen. Auf der anderen Seite ist dann jetzt, weiß ich nicht, wenn ich das Last-Spiel mitnehme, das ja noch Ende Herbst war, haben wir jetzt unsere vier Spiele und acht Punkte. Das ist sehr, sehr gut. Und mal schauen, was kommt. Eine Runde in der Tabelle, Schatz, der WRC hat gewonnen. Also das war es keine Runde für die Ausführung. Du, jetzt kommt zweimal Salzburg in Salzburg. Muss man das ganz einfach, wir wissen nicht, die sind relativ stark, muss man das Ganze aus diesem Prozess ein bisschen ausklammern. Dass man sich daran nicht beirren lässt. Ich gebe nur zu bedenken, was weiß ich, Rapid hat 6, 2 und 7, 2. Aber muss man das irgendwie jetzt, ist das schwierig und leicht zugleich, jetzt die nächsten zwei Spiele? Also unser Wunschsszenario ist es nicht. Das kann ich schon mal sagen. Wenn ich mir das aussuchen hätte können, hätte ich das nicht so gewählt. Aber manche Sachen kannst du halt auch nicht aussuchen. Das sind zwei verschiedene Aufgaben. Das eine ist das Cup-Spiel. Mal schauen, was da passiert. Und dann ein paar Tage später die Meisterschaft. Es ist halt so, dass du sicher, wenn du etwas Positives mitnimmst, wird es eher eine Überraschung sein. Wir werden dort nicht als Favorit hiefern, auch wenn wir jetzt drei Spiele nicht verloren haben. Die sind auch wieder richtig gut da. Ja, okay. Ich sage jetzt nur, das ist was heute. Aber das ist soweit in Ordnung. Das wird ganz, ganz schwierig. Ich will es jetzt nicht losgelöst sehen, weil wir jetzt auch werden uns damit auseinandersetzen, wenn es nicht so gut geht, warum es halt nicht funktioniert hat. Aber das wird schon richtig schwer. Also die zwei Spiele werden schwer. Und dann haben wir natürlich schon noch eine Phase, wo es nur einmal ins Eingemachte geht. Das wissen wir auch. Wir werden schauen, was mit den Jungs ist, wie frisch sind sie, was ist notwendig. Jetzt ist die Breite im Kader jetzt nicht, würde ich sagen, von dem, wo wir glauben, dass die stabil sind, jetzt nicht so groß. Aber ich glaube, wir werden schauen auch, dass wir das Beste da rausholen. Ich habe auch gesagt, es geht im Grunde nicht um, dass wir in dem Frühjahr etwas entwickeln. Es geht um Punkte, Punkte, Punkte. Und so werden wir uns halt aufstellen, dass wir schauen, dass wir so viel wie möglich noch mitnehmen. Und so kleine oder größere Schritte, dass das alles stimmiger ist, das sehen wir halt jetzt einmal. Aber mal schauen, ob wir das auch so durchziehen können. Gut, alles beantwortet. Thomas Schrenk von der APA hat noch eine Frage. Beim Ebner, der hat mit dem Muskel irgendwas gehabt? Genau, der ist ein bisschen ein routinierterer Junge. Der hat ganz einfach gemerkt, dass muskelmäßig der in irgendeiner Form, wie man so schön sagt, zu macht. Da glauben wir, dass es noch keine Muskelverletzung ist. Also da gehen wir davon aus, dass der dann im Laufe der Woche wieder normal im Prozess drinnen ist. Und ist rechtzeitig wahrscheinlich rausgegangen, ja. Der Marco ist ja zum Beispiel, wie schaut es, weil jetzt das Mittelfeldzentrale, Mittelfeld ist ja jetzt ein bisschen, wird es dann schon irgendwann, die alle verletzt sind? Der Weser ist jetzt mal so weit, dass er im Trainingsbetrieb ganz normal drinnen ist. Es geht ihm gut, hat natürlich auch fußballtechnisch schon noch einigen Rückstand, trainiert jetzt dann noch ein paar Tage mit der Mannschaft mit. Aber er ist gut drauf, ist natürlich auch positiv drauf, weil es schneller gegangen ist, als was er glaubt hat, weil es jetzt das zweite Mal die Verletzung ist. Aber wenn er eine Option ist, wird man sich ja mitnehmen. Aber ich muss da nicht mehr vorsichtig sein, weil wenn er drei Monate oder vier Monate raus ist, dass ich den quasi da als Heilsbringer da reinstehe. Das macht ja mit den Jungs auch was. Aber wir sind ganz einfach froh, dass er fit ist, jetzt einmal trainiert, und dann werden wir schauen, wie schnell es geht. Wir werden das aber auch mit ihm absprechen, das ist ein intelligenter Bursch. Wir werden das durchbesprechen, was er selber glaubt, was irgendwann einmal dann realistisch ist. Und wenn er aber das Gefühl hat, er braucht noch Zeit, und er braucht da, da wird noch einmal ein Testspiel, oder sonst irgendwas, dann wird er das akkrieren, und dann werden wir nicht reinjagen, nur weil wir glauben, dass wir auf der Position jetzt etwas brauchen. Wir haben schon noch unsere... Aber der ist ja nur im Bundesland ein bisschen, wie soll das jetzt... Genau, der ist... Aber an sich ist der auch fit, oder? Genau, der ist fit, der hat jetzt Trainingseinheiten, in der Zeit, wo wir die Wochen jetzt permanent gespielt haben, hat er, was er auch verloren hat, an Trainingseinheiten mit der zweiten Mannschaft gemacht. Wir haben auch unten die Jungs, die bei uns auch im Trainingsprozess jetzt dann lang dabei waren, mit Braun oder mit Ratulowitsch. Wir haben schon noch Optionen, und wir können auch wieder was basteln. Aber was ich halt ihm sagen wollte, ist, wir werden schauen, dass wir jetzt in der Zeit, wo es noch möglich ist, so konsequent auf Punkte spielen, wie es ist, mit den Jungs, wo wir glauben, dass sie das hinkriegen, und es ist momentan ganz einfach in diesen paar Wochen kein Platz für Entwicklungsarbeit oder sonst irgendetwas. Das ist halt so. Die Zeit haben wir auch eh gehabt, sechs Monate, und jetzt geht es um Punkte. Okay, dann Dankeschön, wünschen, schönen Sonntagabend. Danke. 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 Danke.